So ist immer allen kalt Ist nicht kalt, aber ist halt fresh Ich hab halt laut Thermometer habe ich 18 Grad Was ja an sich okay ist, aber Ich glaube ich will gerade einfach vielleicht 19 Grad Du könntest ja ein bisschen rumknattern, dann wirds auch warm Oh das ist aber anstrengend Äh, Orb direkt hier am Eingang, wahrscheinlich hier links Der Limbo hat direkt ein Orb gefunden Na wow Ich krieg immer Orbs, ne Limbo ist der Orb, wir haben schon hier die Spieluhr, Limbo kriegt auch noch einen Ständer neben dem Orb Jetzt ist er sogar einen orbischen Ständer, okay Ich würde mich nicht wundern, wenns ein Banshee ist wieder Oder irgendein anderer Ding Binde unten nicht frei, kein Versteck unten, Limbo Ich habe gesagt, kein Versteck unten Okay, ich werde das oder so zimmer rennen Oben in der Garage Spinde nicht frei Achtung Spinde nicht frei, Limbo Bitte beachten Sie Limbo, die Spinde sind frei Oh Gott, ich kann mir schon denken, ich gehe da rein Ich weiß es einfach Oben im rechten ersten Zimmer, kein Frank frei Im Gang oben, die zwei Schränke frei Oben links rum Nein, die sind auch nicht frei Okay, die sind auch nicht frei Freier im F Es sind eigentlich, ist es nichts frei Wir müssen einfach sterben Aber ich finde das gut, weil sterben macht Spaß Kommt aufs Wetter drauf an Weil früher stirbt, ist länger tot Krass, oder? Diese Erkenntnis Ja, ja, also dafür muss es doch bestimmt studiert haben, oder? Ja Keine Finger Drei Jahre an der University of Ghosts and Hunters and Lümmel Choo-Choo, ein wunderschönen Ich mache hier Licht aus Aua Au Was los, die sind irgendwo gerade der Furz für quer Bei dir? Äh, äh Ich habe ja gerade nicht auch geschrien, so wie du Äh, gemacht Ist ja noch schlimmer Ich glaube, wir sind erst einmal im Gang, oder? Weil der jetzt in der Küche was schmeißt Ja gut, na gut, der kann ja durchkrapschen, das ist er Gut, da fing er da hinten rum Aber der Orb ist noch vorne im Zimmer Ja, ja Ja, ja Es hat, ja, ja Heißt, leck mich am Arsch Ich weiß Bist du, Jürgen Das steht da drauf, ich wusste es Bist du Wer das sagt, hat absolut recht Bist du alt Bist du alt Mach weee Ach nee, das macht der Wölkchen Mach weee Steck mal im Limo eine Antenne in den Po Zack Ich probier's mal mit der Box Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Wo bist du? Wie alt bist du? Uh Was willst du? Wo bist du? Was Willst Du Bist du Doof Also wirklich verraten will er mir Was ist cool Und wenn du Wenn du Wenn du Wenn du Zu nah an den Monitor angehst Dann geht's mit der anderen Gehst du wieder weg Ja, ist doch schon seit dem Halloween-Update So Ja, wir haben aber letzte Woche drüber gesprochen Sie Botafix hat reagiert Bestimmt Wir haben darüber gesprochen Aber da war schon ein Stau, oder? Das stimmt Stimmt, ja, wir haben ja die ganzen Halloween-Karten eigentlich ganz vergessen, ne? Ja, die wollte doch Luni jähnisch machen Ja, da gesagt, da wäre doch eigentlich guckgebucht drauf Ach, das scheiß so Ich bin ja, das ist sowieso nicht aktiv so, deswegen, das bringt bei mir nichts Ja, der Urb ist hier vorne ziemlich schön Hey, Gruz-Effekt, dass du euch gewächst Gott, ich lieg trotzdem am Eingang Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Kannst du Limmu töten? Nein Ach komm, also ich, ich würde es so feiern Wenn er Limmu nimmt Ja, na klar Ich schmeiß dir einfach alles hin, mach die Spülwache an Ich denke, ich habe schon Bräucher-Sticks Wisst ihr, was ich früher dachte? Wenn sie hantet, kann ich ihr ein Kruzle fix ins Gesicht werfen und sie hört auf In meinen ersten Runden fast so Ich habe geglaubt, das bringt's Ich kann das Bild nicht mitnehmen Ich kann das Bild nicht mitnehmen Mh, manche kannst du nicht mitnehmen Was rum für? Die Tür angefangen Ja, die Häe wurde gesinden Hat die gesinden hier rum, hat er knattert Wo bist, wo bist du? Wo ist ein EMS? Was willst du? Wie alt bist du? Aber welche Tür? Ein Wartenschmer-Tür hatte der einmal auf und zu gemacht Ich bin hier hinten irgendwas Verraschend Schon noch ein bisschen zufrieden jetzt Gib uns ein Zeichen Aber wir haben da bis jetzt Blasenbeweis, oder? Ja Wenn du da bist, höre Delimo Der Ort ist aber, glaube ich, nicht mehr hier, oder? Oh, Hand Die ist hier hinten gleich im Gang Die war hinten gleich im Gang, beim Keller Ist das Deo? Hm, ich hab keine Ahnung Kurz Angst bekommen Deo kann's doch gar nicht sein, weil der Mann Den hab ich gesehen gerade, aber Ja, du bist ja gerade in den Kellertreppenhunder getreten, die dumme Sau Das ist ein Handtuch Das ist ein Handtuch oder ein Reitschuh Ich würd' auf Die Kamerad angelaufen Ein Reitschuh bräuchte man halt dort oder so Nur die Tür Die rennt halt da unten riesig flink Was ist irgendjemand? Ein kleines Kind in so'n Nachthand, ey Die rennt halt aber auch da hinten ganz schnell rum Na gut, die ist die Taschenlampe Wir müssen oben alles jetzt voll ballern mit Taschenlampe, wenn die da oben auch rennt Da oben ist sie langsam Ja, dann müssen wir hier elektronische Geräte machen, dann sehen wir's ja Dabei? Ja Jetzt kann Reitschuh oder Handtuch sein Ich geh fast auf'n Reitschuh Ja Ich platziere jetzt einfach ganz viele Taschenlampe hoch, mach die Spür und dann sehen wir, ob die oben rennt Ja I'm waiting outside Kannst du mir Sanity-Pillen geben? Kannst du mir Sanity-Pillen geben? Kannst du mir Sanity-Pillen geben? Ja, ja I bring you something Hier Und hier Beide vorne Aber die dumme Sache hat nicht wirklich den Gelder-Triper runtergetreten Recht Recht Einfach runtergetreten In diese Garage jetzt Und jetzt kommt auch auf dich Ne, die spielt hier hinten, Klavier Die stande jetzt hier hinten, genau beim Klavier stande die Genau, da fängt sie auch an Die ist unten immer noch Wieselflink Vielleicht ist die beim Schwimmen gestorben Das ist ein Reiz Ja Ja, ja Die ist aber unten auch noch extrem Wieselflink Oben aber auch Ja Raichu Raichu, Weiterentwicklung von Pikachu Bitch, 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 bitch Bitch, bitch, bitch Bitch, gonna have my money Hey Ich find's aber geil, wie meine Spieluhr einfach nur irgendwie zwei Sekunden immer an ist und dann direkt weg geht Achso, die anderen zu tot Ja, das sind sie ja Ja, die ist genau in mir gespawnt, also da könnte ich ein Spiel machen In dir drin In the bottom of your heart Welcome back Ich bin je Ich bin je